Heute machen wir Mokomegane Ringe und weil die ziemlich komplex geworden sind, habe ich das Video in fünf Phasen aufgeteilt. Phase 1, das Herstellen des Arbeitsmaterials. Phase 2, das Schmieden der Ringe. Phase 3, das elektrochemische Ätzen. Phase 4, das Fassen der Brillanten. Und Phase 5, das Finish. Und um die Ringe herzustellen, dann nehmen wir nicht irgendein zugekauftes Material, sondern wir recyceln hier eine alte Gabel, das ist 800er Silber und ich habe hier noch ein Stück Silber gefunden. Mein Name ist Bernd Alexander Manzold und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. I wanna wish you a merry, merry Christmas. I wanna wish you a merry, merry Christmas. I wanna wish you a merry, merry Christmas. Für das Muko Megane verwende ich 800er Silber und Feinsilber. Der Farbunterschied ist zwar dezent, aber durchaus sichtbar. Die Farbunterschiede sind sehr gut. Das war's für heute. Auf diesen Bildern kann man einen deutlichen Farbunterschied erkennen. Das liegt an der Wärmebehandlung und ist der Kupferoxidation in dem Material der Gabel geschuldet. Bei der weiteren Bearbeitung wird der Unterschied noch sichtbar bleiben, jedoch nicht ganz so ausgeprägt. Damit sich die Metallstreifen einwandfrei miteinander verbinden, spielt die Sauberkeit eine große Rolle bei der Herstellung des Mokomegane-Blocks. Ich achte besonders auf die Fettfreiheit auf den Oberflächen und spüle zweimal mit destilliertem Wasser. Hier nun erstmals der Farbunterschied ohne jeden chemischen Einfluss. Oben die 800er Silber-Kupferlegierung der Gabel, unten das strahlend weiße 1000er Feinsilber. Goldocker-Pigment, gemischt mit Holzleim und Wasser, ergibt eine Speerschicht in der Zwinge, die ein Aufschweißen des Silbers im Ofen verhindert. Goldocker-Pigment, gemischt mit Holzleim und Wasser. Goldocker-Pigment, gemischt mit Holzleim und Wasser. Goldocker-Pigment, gemischt mit Holzleim. Aus einer dünnen Folie aus Edelstahl habe ich einen Beutel gefaltet, in den ich Aktivkohle fülle. Die Kohle soll den vorhandenen Sauerstoff binden und so eine Oxidation des Mucomegan-Moduls im Ofen verhindern. Anschließend wird der Beutel möglichst luftdicht verschlossen. Die Einwirkzeit von mehr als 10 Stunden im Ofen sowie der hohe Druck unter Entzug des Sauerstoffes lässt durch Diffusion an den Korngrenzen der Metallkristalle eine neue Legierung entstehen, die die einzelnen Schichten fest miteinander verschweißen. Was, 10 Stunden? Ja, da gehe ich erstmal nach Hause. Ja, da gehe ich erstmal nach Hause. Wie es traditionell üblich ist, schmiede auch ich das Schichtmetall nach der Fusion. Bei diesen Ringen möchte ich meine selbstgebaute 10-Tonnen-Presse als Alternative versuchen. Ausatmung. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Versuch ist geglückt. In meiner improvisierten Presse ließ sich das Material sehr gut umformen. Für weitere Stücke werde ich mir geeignete Formen anfertigen. Für die geplanten Ringe habe ich tordiertes Material vorgesehen. Bereits bei den ersten Umdrehungen erkenne ich, die Verbindungen zwischen den Silberschichten sind hoch belastbar. Lotfrei und ohne Schmieden ist die erste Phase meiner Arbeit abgeschlossen. Das Herstellen des zweifarbigen Arbeitsmaterials. Ich werde die Ringe ohne Fuge aus einem Stück herstellen. Dazu durchbohre ich den Silberstab und säge zwei Schnitte innerhalb des Materials. Anschließend trenne ich den Stab in zwei Teile. Es folgt das Aufdornen des Materials. Mit einem Werkzeug öffne ich vorsichtig den Sägeschnitt. Da ich bei dieser Arbeit vollständig auf das Verlöten verzichten möchte, sichere ich die Enden mit sogenannten Grippzangen. und auch schon aufильt auf den anderen Wirkung zu werden. Ich freue mich an, es hat noch mal deine Y-N-N-N-M-G-C-L-E. Ich freue mich an, es hat miri、「ベенти, ich liebe mich!」 so viel мы, ich liebe mich! Ich freue mich, dass ich ein constitutes für. CHANGE-Check misstattelung und ich gerne nehme. E-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-NA Das war's für heute. 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 Das war's für heute.